Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Channel von Kochen mit Genuss. Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kochen mit Genuss. In diesem Video zeigen wir unsere Empfehlungen für die beste Grillholzkohle und wir nennen auch die Testnote der Stiftung Warentest aus dem letzten Holzkohletest von März 2024. Bevor es losgeht, würden wir Sie bitten, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig, noch ein Hinweis, unterm Video in der Videobeschreibung haben wir alle Produkte verlinkt, denn diese Holzkohle kann man auch online kaufen. Und es geht auch schon los mit unserer ersten Empfehlung, nämlich ProFagus Holzkohle der Sommerhit. Bei Stiftung Warentest war dies der Testsieger mit einer Note 1,7. Nun ein paar Infos zum Produkt. Den Hersteller gibt es bereits seit 1896 und er steht für Qualität und Nachhaltigkeit. Es wurde kein Tropenholz für die Herstellung der Holzkohle verwendet. Die Premium-Holzkohle von ProFagus wird aus nachhaltigem, unbehandelten Buchenholz hergestellt, bietet schnelle Entzündung und lange, heiße Glut. Dank einer umweltfreundlichen Produktion wird hier 99,9 des Rohstoffs genutzt und 90% der Energie stammt aus den eigenen Prozessen. Alles in allem ein Top-Produkt und unsere Empfehlung für den nächsten Grillabend. Unsere nächste Empfehlung stammt vom Hersteller Lotus Grill. Die Buchen Grill Holzkohle hat bei der Stiftung Warentest die Note 2,1 bekommen. Sie ist erhältlich in einer 2,5 Kilogramm Packung. Besonders hervorzuheben ist der hohe Kohlenstoffgehalt und Brennwert. Die Kohle hat eine besonders geringe Anzündzeit, glüht sehr heiß und auch lange. Hergestellt wurde die Holzkohle in Europa und ohne den Einsatz von Fremdenergie. Alles in allem wirklich auch ein empfehlenswertes Produkt und eine gute Alternative zum Vorgänger. Weiter geht's mit einem dritten Produkt, das wir guten Gewissens empfehlen können und zwar von einer Marke, die fast jeder kennt, nämlich Weber Premium Grill Holzkohle. Beim Test der Stiftung Warentest im März 2024 hat dieses Produkt eine Note von 2,6 erhalten. Die Premium Grill Kohle ist ideal für scharfes Angrillen vom Grillgut, denn sie hat eine sehr heiße Glut. Die 100% natürliche Holzkohle wird aus nachhaltigem Holz gewonnen, FSC zertifiziert und ist ein EU-Produkt. Bereits nach 15 Minuten erreicht die Holzkohle ihre volle Glut und kann eine Hitze von bis zu 350 Grad erreichen. Das waren unsere drei Empfehlungen. Wir haben hier wirklich nur Holzkohle mit aufgenommen, die wir selber auch gut finden. Wenn wir uns entscheiden müssten, würden wir zum ersten vorgestellten Produkt greifen vom Hersteller Profagus. Alle Links zu den Holzkohlen sind unter diesem Video in der Videobeschreibung eingefügt und können auch online bestellt werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag noch.